Das Publikum in Wiesbaden würde ich beschreiben sehr laut, immer bei der Sache, ja und einfach positiv, auch wenn es nicht läuft, feuern sie uns trotzdem an. Ich habe einen Hund, einen französischen Bulldogger, sie heißt Mia. Ich gehe häufig spazieren mit ihr, sogar auch im Wald, manchmal auch an See, dass sie sich erfrischen kann und bin immer mit ihr draußen. Ich mag eigentlich kein Shoppen, da es mich eher nervt, sich immer umzuziehen. Und wenn ich Klamotten kaufen gehe, dann mache ich ganz schnell, dann weiß ich, was ich brauche und ziehe sie auch an. Aber ansonsten shoppe ich eher mehr für meinen Hund. Musik 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 Musik